Ja und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Ja, wir werden jetzt mal diesen verrückten Magier Septimus Signus erneut aufsuchen. Und ihm einfach mal das Zeug geben, was er wollte. Natürlich verbunden mit einer Dädra-Quest. Ja, ihr ahnt vielleicht, wir werden gleich noch einmal Hermaeus Mora begegnen. Das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Okay, ich habe das Lexikon beschriftet. Ich gehe damit schnell, außergewöhnlich. Jetzt verstehe ich es. Der Verschluss ist so strukturiert, dass winzigste Fraktale ineinander greifen. Dweller Blut kann die Haken lösen. Doch es lebt niemand mehr, indem es fließt. Eine ganze Palette ihrer Brüder könnte sich zusammentun, um ein Faximile zu bilden. Ein Trick, etwas womit sie nicht gerechnet haben. Nein, nicht einmal sie. Das Blut der Altmeer, Bosmeer, Dunmeer, Pfeilmeer und Orsimeer. Die Elfen, die noch leben, sind der Schlüsse. Trag diesen Extraktor von dannem. Er wird das frische Blut der Elfen trinken. Kommt zurück, wenn ihr den ganzen Satz habt. Ja, jetzt heißt es wohl oder übel Blut sammeln. Wie lange wird es gesungen werden? Meine Füße standen auf dem Felsen. Und hier ist auch schon Hermeos Mora. Kommt näher, wärmt euch mal. Wer seid ihr? Ich bin Hermeos Mora. Ich habe euch seit eurem Sieg über Mira Ark beobachtet. Euer Fortschritt ist wahrlich beeindruckend. Was wollt ihr von mir? Und wenn diese Zeit gekommen ist, werdet ihr seinen Platz als Abgesandter ein. Was sagt ihr? Joa, warum nicht? In der Tat. Sprecht mit mir, wenn die Schatulle geöffnet wurde. Und alles wird offenbart werden. So, jetzt müssen wir Blut sammeln. Orgblut, Falmerblut, Dunkelelfenblut, Waldelelfenblut und Hochelfenblut. Das heißt, wir müssen ein paar Leute killen. Na ja. Als erstes besorgen wir mal das Orgblut. Ja, in jedem Banditenlager ist meistens ein Org dabei. Jetzt müssen wir mal die Banditen aufmischen und dabei müssten wir auch Orgblut bekommen. Wir müssen ja nicht das ganze Ding machen. Wir brauchen bloß den Org töten und dann haben wir das Ding gedreht. Gedreht. Dumme Juch. Aber das war leider kein Org. Einfach nur nerviger, kleiner Scherger. Aber wird schon einer dabei sein. Als ob da jemand drauf reinfallen würde. Wir haben ihn leider nicht getroffen, wie ich es eigentlich das tun würde. Auch immer noch kein Org dabei. Sehr schade. Aber das war nicht. 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 Ja, schöne Sachen. Aber immer noch kein Ork. Ist ja bedauernswert hier. Ja, das Zeug ist ganz nett. War das ein Ork? Nö. Hier haben wir auch kein Glück. Was ist das für einen Banditenlager? Ein ganz armseliges, ohne Ork. Mann, Mann, Mann. Naja. Das Geld nehmen wir mit. Ja, müssen wir uns doch woanders umsehen. Irgendwoher bekommen wir das Orkblut schon. Wäre ja gelacht. Versuchen wir es mal da. Im Lager stehender Strom. Ja. Oh, ich will jetzt keinen Scheiß Drachen. Kletch. Ding. Da Ah, ein Ork. Oder? War das ein Ork? Nö. Ha. Hier. Ein Ork. Blutsaugen. Ja. Das Ork-Blut haben wir. Das Ork-Blut haben wir besorgt. Mal sehen, was hier steht. Hier ist die Summe, auf die wir uns geeinigt hatten. Ich verlasse mich darauf, dass ihr Sarah dafür büßen lassen werdet, meine große liebe Kreta getötet zu haben. Kehrt mit einem Beweis eurer Tat zu mir zurück. Solltet ihr mit dem Gesetz in den Konflikt geraten, übernehme ich eure Kaution. Atwar. Tja, tja, Atwar. Ich glaube, du hast dir einen neuen Feind gemacht. Ja. Weil der Drachen ist ja immer noch hier. Komm her. Oder bleib da. Wie auch immer. Wir brauchen als nächstes Hochelfen und Dunkelelfen-Bolot. Dafür reisen wir jetzt nach Inaltas Tiefe. Dort gibt es viele Magier. Wahrscheinlich Hochelfen und Dunkelelfen. Und der Irrblot können wir... Getrost. Nutzen. Nutzen. Ich hoffe, hier sind noch Leute. Weil ich habe das Lager ja mal ausgeräuchert. Kann natürlich sein, dass hier keiner mehr ist. Dann habe ich ein Problem. So. Zwei weniger. Wer auch immer dies wiederbelebt hat, den hasse ich. Jetzt kann ich kein Blut mehr nehmen. Ja. Immerhin haben wir Hochelfen-Blut. Aber leider kein Dunkelelfen-Blut, weil der wiederbelebt wurde. Äh. So. Bitte mal. Ja, ein Hochelf, leider kein Dunkelelf Ich hoffe, dass hier noch irgendwo ein Dunkelelf anzutreffen ist Ja, der Zauber Schöne Sachen Wir kriegen keinen Dunkelelfen mehr, wie es scheint Mensch, Mensch, Mensch Schöne Sachen Aber nicht das, was wir suchen Aber wir sind ja auch die Abkürzung gegangen Hier müssten noch einige Magier Versteckt sein Und irgendjemand von denen muss ja ein Dunkelelf sein Der war es leider nicht Was haben wir denn? Orgblut, Hochelfen Jetzt fehlt noch Dunkelelfenblut, Waldelfenblut und Falmerblut Hmm Hmm Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt, das ist nicht gut. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. 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 Hier waren wir zwar schon, aber hier geht es hoch raus. Ja. Waldelfenblut. Ich glaube dazu müssen wir einfach mal ein paar Berechnen begehen. Genug Geld haben wir ja, also können wir auch wen umlegen. Auf. Auf. Auf nach Flusswald. Dort werden wir den Waldelf Fehrendal töten. Und werden uns sein Blut holen. Müssen wir zwar 1000 Gold bezahlen, aber kann man schon mal machen. Steckt eure Waffen weg und folgt ohne Geschrei. Ach wir sind eh gejagt. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Mann 3 gegen 1. Jetzt seid aber feige. Wisst ihr das? Ja, für sich auch so. Oh. um amortiert er wenn die mich angreifen oder war wie siehst du da ist ich sehe das als notwehr also halt die fresse so wo ist dieser waldelfen typ na hallo du bist ein nord ich kann nicht leben lassen da ist er doch dein blut habe ich gewünscht und du kriegst mich an ja kämpfe um dein jämmerliches leben denn ich brauche dein blut vielen dank als nächst als letztes brauchen wir nur noch falmer blut ja ich weiß nicht war das hier ich weiß gar nicht welche welche unterirdische stadt das war das gab eine unterirdische stadt wo es falmer gibt und deren blut brauchen wir auch noch und dann haben wir den auftrag erfüllt die hoch tief hoch 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 hier so hier wir sind immer falsch Oh, natürlich kann man nicht schnell reisen, wenn Feinde in der Nähe sind. Oh, als ob sie mich sehen würden. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Du kommst mir gelegen. Diene mir und töte diese Banditen. Oh ja. Von diesem scheiß Eisgeist. Und jetzt töte diese Banditen. Wo auch immer die gerade sein wollen. Aber ich glaube Schattenmähner übernimmt die schon. Hm. Ich sehe keinen. Okay, von hier oben gibt nur Zerstörungsmagie. Ich sehe keinen Räuber. Doch, da zwischen dem. Wieso stirbt der nicht? So. Jetzt. Ich versuche es. Mal da. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Leider. Ich brauche doch bloß noch Palmar Blut. Lande, bitte. Lande, bitte. Ich werde nach einem Landeplatz suchen. Ich werde nach einem... Ich werde nach einem alles weg weg. Ich werde nach einem... Ich werde nach einem... Wir befinden... Wie immer fehlt. Und einfach. Das war gold. Vielen Dank. Tschüss. Oh Gott, das hätte mich jetzt fast den Kopf gekostet. Da einfach mal so runter zu jumpen. Wir müssen aber da rüber. Toll. Muss ich doch da hochlaufen, aber was hat man nen Drachen ey. Wieso hängt die da fest? Oh. Puh, knapp. Wieso sind die Türen jetzt verschlossen? Wir hatten die doch schon mal aufgemacht. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Und ich hasse es jetzt nach solchen scheiß Falmer Blut zu suchen. Aber, ja. Bekommen wir hin. Ach, halt doch einfach. Deine blöde Fressa. Asche zu Asche, Staub zu Staub. So. Noch einer von denen. Ach, auch noch abgeschlossen hier. Ach, ich hasse es doch so. Ich würde auch bloß Falmer Blut. Was war das? Der Tod. Der Tod. Oh, hier waren wir schon. Ja, aber wo soll es denn hier lang gehen? Wir wollen ins Innerste. Muss mal da alles hier öffnen. Auch noch Meister. Ja, das kann was werden ey. Die jetzt aufzukriegen. Selbst mit über 100 Dietrichen. Das war's fast ey. Hm. Ich will nämlich verarschen. Ey, da ist man happy, dass man das geöffnet hat und dann läuft man im Kreis. Okay. An dieser Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut, sonst wird das Video viel zu lang. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut, ciao.